Die Tore öffnen sich Richtung der Marke 17.000 Punkte. Was das für die kommende Woche bedeutet, das besprechen wir gleich. Und damit herzlich willkommen zu meinem großen DAX-Wochenausblick, wo ich den DAX für euch einmal charttechnisch auseinandernehme, Szenarien für die kommende Woche aufstelle und natürlich auch einen Blick auf die US-Indizes werfe. Bevor ich jedoch mit dem Rückblick auf die vergangene Woche starte, sei mir ganz kurz der Hinweis zu meinem YouTube-Kanal erlaubt, wo ihr jetzt hier auch dieses Video schaut. Dort bin ich bis zu dreimal die Woche live und trade gemeinsam mit euch den DAX und den Dow Jones. In meinen System-Trading-Strategien, natürlich gibt es da auch ein wenig diskretionären Handel. Zusätzlich gibt es jeden Tag eine Daily DAX-Morgen-Analyse, sage ich ja auch immer wieder. Der Wochenausblick ist wichtig, um die großen Szenarien im Blick zu behalten, aber man muss die Situation täglich neu bewerten, um auf veränderte Situationen reagieren zu können. Also das bekommt ihr jetzt zusätzlich von mir. Neben meiner großen DAX-Wochen-Analyse gibt es jetzt auch meine Daily DAX-Morgen-Analyse, wo ich den jeweiligen Handelstag nochmal genau analysiere und vor allem auch erläutere, wie ich ganz konkret an dem jeweiligen Handelstag vorgehen werde. Falls du mir beim Trading über die Schulter schauen möchtest und du auch keine neue Daily DAX-Morgen-Analyse mehr verpassen möchtest, abonniere jetzt den Kanal und aktiviere auch die Glocke, dann wirst du nämlich immer benachrichtigt, sobald ein neuer Livestream ansteht oder sobald ein neues Video online geht. Damit geht es dann los mit dem Rückblick auf die vergangene Woche und die letzte Handelswoche fast durchweg negativ, bis auf der Montag, müsste eigentlich der Montag gewesen sein, genau, bis auf der Montag, der positiv gehandelt hatte. Aber dann am Dienstag ging es bereits los mit tieferen Kursen und ihr seht hier, hier habe ich es ein bisschen unsauber gezeichnet, hier seht ihr die roten Balken, das stellt immer die maßgebende Kassahandelsspanne dar und rot bedeutet, dass wir einen tieferen Kassaschlusskurs bekommen haben gegenüber der jeweiligen Tageseröffnung und grün dann entsprechend umgekehrt und was besonders interessant ist und was jetzt auch auf Stundenbasis, ja so ziemlich negativ aussieht, was natürlich nicht heißen muss, dass wir jetzt in der kommenden Woche direkt weiterfallen, aber das ist der Freitagshandel, der sich auf Kassabasis nochmal höher rausschob. In meiner DailyDAX-Morgenanalyse hatte ich die Zone ab der 18.200 als Widerstandszone genannt und hier ist der DAX wunderbar abgeprallt und drehte dann während der Vormittags-Session bereits negativ ein und im weiteren Verlauf und im Zuge pallender US-Indizes ging es dann deutlich tiefer bis nochmal auf ein neues Tief und hat dann dabei sogar das Tagestief vom Donnerstag unterschritten. Der DAX konnte sich jetzt allerdings nochmal auf Kassaschlusskursbasis ein wenig erholen, was das Signal nicht ganz so sauber macht. Viel signifikanter wäre dieses Signal gewesen, hätten wir einen Kassaschlusskurs unterhalb der 17.900 bekommen, jetzt hat es nur in Anführungszeichen für einen tiefen Future-Schlusskurs gereicht, aber insgesamt haben wir hier schon ein deutlich negatives Bild auf Stundenbasis und das ist besonders bezeichnend, wenn interne Strukturen erst einmal rausgenommen werden, so wie hier am Freitag gesehen, und das dann trotzdem nochmal deutlich tiefer geht. Wir haben gewisse Risikofaktoren, besonders so nennen es die geopolitische Lage, auf die mich ein Kommentarschreiber in der DailyDAX-Morgenanalyse am Freitag nochmal darauf hingewiesen hat, dass das unbedingt erwähnenswert ist. Im Intraday-Handel ist es aus meiner Sicht jetzt nicht ganz so entscheidend, natürlich, wenn da irgendwas passiert, dann führt das zwangsläufig zu Bewegung, aber für den großen Ausblick ist es natürlich entscheidend und ihr wisst wahrscheinlich, worum es geht. Und zwar geht es um Israel und den Iran. Iran hat angekündigt, da militärisch einzugreifen. Das stellt definitiv eine weitere Eskalation der Gesamtsituation dort vor Ort dar und sowas muss auf jeden Fall erwähnt werden. Somit kann übers Wochenende durchaus was passieren, was dann am Montag die Märkte ein wenig aufwühlt und wo es dann eine Marktreaktion geben dürfte. Sollten wir jetzt eine weitere Eskalation dort unten sehen, ist natürlich alles furchtbar, was da unten passiert. Und das gilt es zumindest mal mit im Hinterkopf zu behalten, aus übergeordneter Sicht, beziehungsweise aus, wenn man so möchte, fundamentaler Sicht, was jetzt nichts mit der schadtechnischen Situation zu tun hat. Natürlich ist dann ein wenig mehr Risk-Off angezeigt, also dass dann die Indizes erst einmal in den Verkaufsmodus übergingen und deutlich tiefer notieren. Aber auf dem ganz großen Bild, werden wir auch gleich nochmal sehen, ist der aktuelle Rücklauf noch minimal und da kann definitiv noch mehr gehen. Gehen wir einmal ganz kurz auf die Wochenanalyse der letzten Woche. So hat der DAX, beziehungsweise ging der DAX ja in der letzten Woche mit einem moderaten Long-Signal raus, das dann auch konform getriggert wurde und erst einmal für weiter steigende Kurse gesorgt hat. Aber am Dienstag wurde der Ausbruch komplett negiert und im weiteren Verlauf ging es dann tiefer. In der Unterstützungszone, beziehungsweise an der Unterstützungszone, um 18.000 Punkte, kam dann immer noch so ein bisschen Erholung rein. Und auch der Freitag, ja zunächst erst einmal positiv nach dem Trigger des Tageshofs vom Donnerstag, hatte ich in meiner DAX-Morgen-Analyse auch genannt. Das wäre dann erst einmal vom Grundsatz her ein Long-Signal, weshalb ich dann auch nicht weiter Short aufgebaut habe und die ganze Geschichte wurde dann zum Freitagsschluss nochmal komplett runtergeprügelt. Und damit haben wir das erste Mal einen Tagesschlusskurs unterhalb der Marke von 18.000 Punkte, was auf dieser Basis ein größeres Short-Signal darstellt. Natürlich ist die Korrektur jetzt schon ein Stück weit gelaufen, wir haben jetzt mittlerweile einen etablierten Trend. Sieht man vielleicht dann auch besser hier im Stundenchart, beziehungsweise hier im 30-Chart. Ich stelle das hier nochmal so ein bisschen um. Ich denke mal, der Abwärtstrend ist deutlich zu erkennen und hier gilt jetzt, solange der Trend intakt ist, wird die Richtung auch gespielt. Sollten wir einen Strukturbruch, also einen Trendbruch der primären Trendstruktur sehen, der aktuell gegeben ist oberhalb der Marke von 18.200 Punkte, oberhalb dieser Marke ist dann erst einmal der primäre Abwärtstrend auf Stundenbasis raus. Der untergeordnete Trend, den ich am Freitag auch skizziert habe, der wurde ja rausgenommen, aber dann direkt wieder abverkauft. Und der primäre Trend ist dann entsprechend hier maßgebend und stellt dann halt auch hauptsächlich die übergeordnete Handelsspanne dar, also die Tageshandelsspanne dar. Und oberhalb der 18.200 wäre der Trend dann raus. Und bis es soweit ist, lohnt sich der Blick auf die Short-Seite. Und von meiner Analyse her, beziehungsweise auch von meinen Aktionen her, werde ich mich dann am Montag auch erneut Short fokussieren. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass wir direkt bis zum Handelsstart am Montag hier ein positives Signal bekommen. Also für mich gilt dann am Montag erst einmal so ein bisschen auf die Short-Seite zu schauen und dann natürlich auch zu gucken, ob an Unterstützungszonen sich eventuell ein Long lohnt. Ja, also das soweit hier. Die aktuelle Abwärtsbewegung auf Tagesbasis ist intakt. Also auch hier dies hier ist alles Innenstabhandel. Also somit hat der DAX auch sauber im Rahmen seiner Struktur gehandelt. Die 18.400 bis 18.500 hatte ich in der letzten DAX-Wochenanalyse auch genannt. Erst da wäre dann halt die Korrektur beendet, also offiziell beendet, beziehungsweise dann aus technischer Sicht beendet durch den entsprechenden Strukturbruch. Und das haben wir nicht gesehen. Somit hat der DAX jetzt weiterhin in seiner vorherrschenden Struktur gehandelt, was ich ja jetzt eben auf Stundenbasis auch nochmal dargestellt habe. Schauen wir dann auf den Wochenchart und hier haben wir jetzt endlich das Short-Signal auf Wochenbasis. Das bedeutet jetzt nicht, dass die Reise kontinuierlich, also so wie sie jetzt hoch lief, kontinuierlich nach unten geht. Aber weil wir hier so einen kontinuierlichen Anstieg gesehen haben, stehen die Chancen gut, dass wir erst einmal ein Fortschreiten der Korrektur sehen. Und ihr seht es jetzt hier auf diesem Bild auch schon, dass sie 17.000 gar nicht mehr so weit weg ist. Und wir haben jetzt hier lediglich das 23.6er-Fibro bezogen auf die komplette letzte Aufwärtsbewegung, ausgehend vom Oktober 2023 im Weg. Das wäre dann das Level um 17.650 Punkte hier bei ActiveTrades, also im DAX Kassa CFD von ActiveTrades. Bei euch können die Level logischerweise leicht anders sein. Und dann im Bereich des 38.2er-Fibro befindet sich dann die Zone um 17.000 Punkte. Jetzt gilt es aber erst einmal darauf zu achten, ob jetzt der tiefere Schlusskurs erst einmal in der kommenden Woche genutzt wird, um zu kaufen. Und sollten wir entsprechende News übers Wochenende bekommen, dann sollte die Geschichte auch weiter nach unten abgetragen werden können. Wir haben jetzt durch diesen Wochenschlusskurs auf jeden Fall das Potenzial aufgemacht, beziehungsweise die Tore geöffnet Richtung der Marke von 17.000 Punkte. Somit hat sich dann auch erst einmal wieder eine frische Abwärtsbewegung auf Wochenbasis etabliert. Und alles, was jetzt in der kommenden Woche passiert, den hier könnte ich jetzt hier gleich direkt mal einmal vorzeichnen. Na, lässt du mich hier ran? So. Und somit haben wir einen frischen, negativen Außenstab. Wir müssen aber darauf achten, das 23.6er-Fibro jetzt hier wird noch relevant. Schauen wir uns dann uns gleich mal auf Monatsbasis noch an, denn da haben wir entsprechende Marken, beziehungsweise eine entsprechende Marke, die da sehr wichtig ist. Und ja, alles, was innerhalb der letzten, also in dieser Handelswoche sich abspielt, an Handelsaktivität in der kommenden Woche, wäre dann Innenstabhandel. Und ein positiver Wochenschlusskurs, beziehungsweise ein Wochenschlusskurs, in Form eines Innenstabs, besonders wenn die Geschichte nach unten rausgeht und dann innerhalb der Handelswoche die Geschichte hochgekauft wird und die neue Handelswoche als neuer Innenstab schließt, ist dies vom Grundsatz her schon mal wieder ein moderates Long-Signal auf Wochenbasis, deren Trigger dann weiteres Aufwärtspotenzial frei macht. Soviel dann erstmal zum Wochenschart, dann wie gesagt zum Monatschart. Und hier haben wir im Bereich des 23.6er-Fibros das Monatstief-März, was dann hier wiederum auf Monatsbasis eine wichtige Unterstützung darstellt. Und im Sinne des Bewegungshandels und der Berücksichtigung von Innenstäben müssen wir entsprechend darauf achten, was hier in dem Bereich passiert. Also in der Zone um 17.650 Punkte, was dann hier entsprechend los ist. Also, sagte ich ja, ein kleiner Ausrutscher nach unten kann sein. Und wenn wir dann beispielsweise auf Monatsbasis innerhalb der Handelsspanne des März schließen, wäre dies dann zumindest erst einmal ein Anzeichen von Stabilität, beziehungsweise hätten wir dann Innenstabhandel, was dann erst einmal als Signal dienen könnte, um dann erstmal eine weitere Erholung zu sehen. Muss jetzt nicht heißen, dass wir auf ein neues Allzeithoch handeln, aber dass wir eventuell dann hier eine Range auf hohem Niveau bekommen. Analog wie diese Zone hier, der DAX ist ja bekannt dafür, dass er auch mal gerne längere Seitwärtsphasen ausbildet. Also, darauf gilt es dann zu achten. Jedoch seht ihr auch hier auf Monatsbasis, dass wir hier schon sehr stark gelaufen sind. Und je dynamischer ein Anstieg läuft, desto größer auch erst einmal das Korrekturpotenzial. Und eine Korrektur als ganz großes Ziel, bis in den Bereich des 50er Fibos, der Aufwärtsbewegung seit Ende Oktober 2023, wäre so ein ganz normales Ziel. Hier befindet sich auch der letzte Punkt 2 des größeren Aufwärtstrends auf Monatsbasis. Und das wäre dann als Ziel die 16.550. Bis dahin ist natürlich noch ein ganzes Stück zu gehen, aber sollten wir jetzt eine fortschreitende Korrektur sehen, dann wird es entsprechend auch interessant, beziehungsweise dann wird dieses Level auch relevant. Weiter geht es dann mit den US-Indizes. Und der S&P 500 fällt jetzt raus aus seiner Seitwärtsphase, was sehr interessant ist. Und er läuft endlich Richtung der Marke von 5000 Punkte. Ich warte ja darauf, dass der S&P 500 endlich mal ein bisschen auskorrigiert, damit ich hier im Investmentbereich den ETF kaufen kann und dort meinen vernünftigen Einstieg bekomme, beziehungsweise halt den Einstieg für die erste Tranche. Wenn er weiterfällt, kaufe ich natürlich nach, aber das wäre dann halt mein Level für den ersten Kauf des S&P 500 ETF. Also ich warte, sehe nichts darauf, dass wir hier mal eine größere Korrektur sehen und hier auf Basis dieses kompletten Anschließ. Also das ist dann absolut minimal und würde dann auch nur den Bereich der Minimalkorrektur darstellen. Das muss man zusätzlich immer mit im Hinterkopf behalten, dass wir uns jetzt hier korrekturmäßig im quasi nicht vorhandenen Bereich bewegen, also dass wir hier deutliches Abwärtspotenzial noch haben, um überhaupt hier mal in dem Bereich der Normalkorrektur zu landen. Das muss man halt immer verstehen und wir brauchen auch solche Korrekturen, um dann auch erneut Käufer in den Markt zu locken und dann entsprechend günstigere Preisniveaus zu erreichen. Der Dow Jones, der Schwester im Bunde, der kam ziemlich deutlich runter, hat er dann ja auch im Laufe der Woche diese Unterstützung bereits rausgenommen. Der Donnerstag konnte sich hier nochmal aufbäumen, analog zu den anderen Indizes und vor allem analog zum DAX. Aber dann hier am Freitag ging es dann noch besser im Rahmen der Struktur weiter abwärts. Der Dow Jones schaffte es beispielsweise nicht, seinen Abwärtstrend, also seinen sekundären Abwärtstrend hier rauszunehmen, sondern handelte am Freitag direkt weiter abwärts, ohne jetzt großartig in die Erholung überzugehen. Und der Nasdaq noch ein bisschen stärker unterwegs, der hält sich hier noch in seiner Range. Also hier haben wir eine größere Seitwärtsphase. Auch hier sollte dann ein Unterschreiten in dieser unteren Range-Begrenzung für ein Short-Signal sorgen. Und wir sollten uns dann so langsam mal Richtung der SMA 200 auf Tagesbasis orientieren, in allen Indizes, dass wir diese eventuell jetzt in der aktuellen Korrektur sehen werden. Also, dass wir hier durchaus mal in den Bereich, nochmal in den Bereich der Normalkorrektur reingehen. Zum Beispiel S&P 500, ja, wäre das jetzt ein Ziel zwischen dem 38.2er und dem 50er FIBO. Aber die 200er Tage SMA wird ja auch noch im Laufe der Zeit weiter nach oben kommen. Und somit wäre halt das Korrekturziel der Bereich um das 38.2er FIBO bei ungefähr 4830 Punkte. Das dann soviel zu den US-Indizes. Dann geht es weiter mit den Szenarien für die kommende Woche. Also, es gilt weiterhin der Short-Focus. Die 18.000 wurde unterschritten. Jetzt muss sich in der kommenden Woche zeigen, ob wir hier nicht einfach eine Bärenfalle bekommen und dass der DAX dann in der kommenden Woche in den Erholungsmodus übergeht. Wird so ein bisschen davon abhängig sein, was dann news-technisch so los ist und dann auch gerade was außerhalb des Wirtschaftskalenders los ist. Die US-Berichtssaison ist gestartet am Freitag mit den Banken und somit gibt es jetzt auch die nächsten Wochen wichtige Daten, wichtige Unternehmensdaten, die dann nochmal für den einen oder den anderen Impuls sorgen dürften. Starten wir erst einmal mit den Long-Szenarien. Long-Szenario A, erster Teil klassisch ausgehend von dem aktuellen Niveau. Also, jetzt hier dieser Tiefbereich um 17.900 Punkte wird dann als Unterstützungszone angenommen. Es kann moderat tiefer gehen, nochmal kurz raus und sollte es relativ zügig hier auf einen neuen Tief wieder nach oben gehen Richtung 18.000, dann kann da durchaus mehr werden. Die 18.000 ist jetzt vom aktuellen Niveau her, hier hatte ich vergessen die Farbe anzupassen, vom aktuellen Niveau her ist das jetzt Widerstandszone und somit eine sehr gute Marke, um hier erneut weiter zu verkaufen und ich sehe auch die Chancen ganz gut, dass wir nochmal Richtung 18.000 laufen, um dann eventuell erneute Verkäufe zu sehen im Rahmen der untergeordneten Trendstrukturen. Zweiter Teil, Long-Szenario A, wäre dann klassisch ausgehend von dem 38.2er FIBO, bezogen auf den letzten Anstieg von Mitte Januar diesen Jahres bis zum aktuellen Allzeithoch und Long-Szenario B, wäre dann ausgehend von dem 50er FIBO, beziehungsweise ausgehend von der Zone um 17.400 Punkte. Die Short-Szenarien, also Short-Szenario A, erster Teil hatte ich im Prinzip schon genannt, im Sinne des Erholungsszenarios oder alternativ, halt moderate Erholung oder aus einem tiefen Handelsstart heraus, dann weiter abwärts. Da schauen wir dann am Montag aber nochmal genauer drauf, wie dann der Nachthandel verlaufen ist. Da ergeben sich dann unter Umständen andere, leicht andere Szenarien, als ich das jetzt hier darstellen kann. Aber grob ausgehend von einer kleinen Erholung, maximal bis zu 18.000 wäre dann opportun, sich hier fokussiert auf die Short-Seite zu stellen, wenn es dann entsprechende Signale gibt. Zweiter Teil, Short-Szenario A, wäre dann ausgehend von der 18.200 und dann im Sinne dieses Abwärtstrends, die 18.200 habe ich ja auch genannt. Schauen wir hier nochmal drauf, damit ihr da nochmal das im Blick habt. Und zwar ist das das Korrekturhoch und hier drüber wäre dann der primäre Abwärtstrend auf Stundenbasis raus. Damit stellt dies weiterhin eine sehr, sehr wichtige Widerstandszone, auch für die übergeordneten Szenarien dar. Und Short-Szenario B, was ich jetzt für die kommende Woche nicht sehe, wäre dann der Bereich ab 15.500 Punkte Richtung Allzeithoch. Aber ich gehe nicht davon aus, dass wir diese Zone in der kommenden Woche sehen werden. Insgesamt muss man sagen, wir haben jetzt endlich eine Korrektur. Alles bewegt sich noch im normalen Bereich oder im absoluten Minimalbereich. Der DAX ist ein bisschen stärker auskorrigiert in Relation zu seiner jüngsten Aufwärtsbewegung. Übergeordnet haben wir natürlich noch ein wenig Platz, um überhaupt in den Bereich der Minimalkorrektur zu gehen. Ich rechne aber damit, wenn wir jetzt hier endlich mal wieder eine ordentliche Korrektur sehen, dass wir hier in den Bereich der Normalkorrektur gehen und damit, dass die 17.000 kurz- bis mittelfristig noch sehr aktuell werden dürfte. Das war es dann erst einmal mit den Szenarien und mit dem charttechnischen Blick. Dann schauen wir noch mal ganz kurz auf den Wirtschaftskalender für die kommende Woche. Und es geht los direkt am Montag mit den Einzelhandelsumsätzen aus den USA, die durchwachsen erwartet werden. Also in der Kernrate ein leichter Anstieg, aber auf Monatssicht dann leicht niedriger. Am Dienstag ist nicht so viel los. Da haben wir lediglich aus Deutschland die ZDW-Konjunkturerwartung. Am Mittwoch gibt es dann die Verbraucherpreise für den Euroraum und ansonsten nichts weiter. Und am Donnerstag dann die typischen Daten, wie sie jeden Donnerstag rauskommen. Hier die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und dann zusätzlich der Philly-Fed-Herstellungsindex. Und am Freitag gibt es keine Big News. Sicherlich gibt es dort News, aber ich habe hier nur die relevantesten oder die mit dem höchsten Impact hier dargestellt. Also am Freitag in Anführungszeichen denn nichts los. Aber wir haben die US-Berichtssaison und da dürfte dann auch der eine oder der andere Impuls herkommen. Das war es dann mit diesem DAX-Wochenausblick. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da und nicht vergessen, ein Abo da lasse. Und merkt euch meine DDDAX-Morgenanalyse vor. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen hervorragenden Start in die neue Handelswoche und würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche beim Livestream dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.